dann habe ich glaube ich ein gelbes kreuz und die dinge hier vorn jetzt versagen das sehe ich doch jetzt schon kommen natürlich es ist natürlich immer bitter wenn man so wieder versaut da gut aber man versaut na ja nur in der drei mal drei ebene und ich in der nächst höheren ebene ist ja das gute dran es gefällt mir eigentlich das könnte man eher einführen jetzt bekomme ich hunger war doch ein haufen vorlaufzeit hier bis ich alles hatte jetzt sehe ich jetzt sehe ich es wo ist er denn wo ist er denn da ist er ja ja ok ich hätte mir eine deutsche anleitung suchen sollen ist das jetzt auch die formel okay right zweimal back zweimal right zweimal der war jetzt nicht unbedingt der brille es war wohl nicht die formel so setzen wir den mal wieder halbwegs zusammen verfluchte axt ist ja doof hat man gleich mal wieder so eine parity die man gleich gar nicht kann oder die man gleich gar nicht sieht es ist natürlich blöd ohne ende so was bist du jetzt du bist glaube ich der hier ach so nee wartet mal da habe ich doch noch ein irgendwie hier eins lauten muss die zeit wird miserabel acht minuten schon das ist ja ist ja krank das ist ja voll doof hier ach das ist der auch so gut hätte ich doch ein eck weiter gucken müssen so wo ist er denn du bist es nicht vom right view ach so nee von der rechten ansicht brauche ich den nicht kann ich den jetzt noch weiter lösen eigentlich schon weil dann ergibt sich das noch mehr aber ich tue mich hier gerade hart und das zu sehen die haben wir richtig dann hätte ich den noch mal auch richtig oder ei 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 das ist ja mal wieder super so das stimmt deswegen mache ich so und stimmen die ecken immer noch nicht überein weil ich ihn verkehrt rum gemacht habe ja das zeug mal wieder von qualität bei mir so dann den hier so und dann haben wir wirklich der muss hier rüber und der andere muss gedreht werden sich doch jetzt schon da muss ich jetzt ich habe zwei parities auf einmal ok links zweimal down in die richtige seite bitte und f zweimal klein zweimal so front zweimal front zweimal left klein zweimal jetzt werde ich ihn total verhunzen den würfel dann kotze ich aber front zweimal left zweimal front ah front f front f front f zweimal down inverted left zweimal ihr verarscht mich oder ich habe jetzt die hälfte von meinem würfel zerstört ah fuck off so machen wir mal so so oh man jetzt habe ich die ganzen kanten wieder zerlegt oh man das ist natürlich schön ich mag die geraden einfach nicht ich weiß auch wieso weil ich die formeln einfach nicht kann ich muss die einfach mal stur auswendig lernen wieder aber da bleibt mir noch zeit genug bis ich die wirklich gelernt habe so so noch jemand ne sieht gut aus ah mir schläft der fuß ein ah oder mir ist er schon eingeschlafen eher gesagt so setzen wir den mal wieder richtig zusammen halbwegs zumindest ich hoffe das funktioniert so den grünen hier muss ich hier noch rein machen das ist natürlich ah ich könnte mich jetzt schon wieder ärgern dass das so toll klappt ich wollte hier eigentlich gut durchraschen jetzt brauche ich schon 13 minuten das ist ja nicht normal hier so ich sehe hier schon wieder nix wieso 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 da der hier so kann hier wieder eingelocht werden na komm wenn er sich lochen lässt so na komm endlich endlich ist er drin zeit ist geworden so gut irgendwann löst er sich dann doch wenn man oft genug fehler macht dann haut es schon irgendwann hin so den hier rein dann haben wir den da noch dann haben wir wieder die unteren drei Ebenen gelöst so alter ich sehe ja hier schon wieder eine priority oh der fuß ist ja ekelhaft eingeschlafen so jetzt habe ich die schon wieder so jetzt machen wir den erstmal so weit fertig ach so erstmal die Kanten wieder ja die sind richtig da muss ich nur noch die Ecken hier richtig orientieren das ist natürlich toll wenn man hier schon wieder verkehrt eingeslottet hat alter ich stehe mir gerade echt selber im weg zu einer guten zeit aber wirklich na komm natürlich wieder den ganzen Cube zerlegt ja wenn ich die langs äh die eine Formel langsam machen muss dann hapert es bei mir die kann ich nur noch schnell das ist mein Problem manche Formeln kann man irgendwann nur noch schnell weil einfach ja man merkt sich nicht mehr äh die einzelnen Formeln sondern einfach nur noch die Bewegungen und dann geht das wie von selber im Prinzip aber das kommt alles immer so nach und nach erst also erst du lernst wirklich stur Formeln auswendig und machst die wirklich stur nach Formel und dann mittendrin macht schwupp und dann machst du die einfach so was bist denn du jetzt Schönes so du bist wieder hier hochgedreht das sehe ich ja jetzt schon wieder erst brauche ich wieder die gelbe Fläche halbwegs zumindest aber ich sehe es ja mal wieder nicht so ich glaube dass das wieder der ist probieren kann man es ja mal ja fast fast würde ich sagen so die muss ich so rum machen deswegen so so dann stimmen die Ecken schon mal überein dann habe ich wieder zwei Parodies auf einmal den habe ich den eins äh da wo zwei nicht stimmen wo ist der bitte also die Seite ist doch schwachsinnig ich hätte es gerne in Deutsch die hilft mir ein scheiß Trick ah right zwei back up left up right inverted up up right up up front front right front front äh klein L inverted äh back back right zweimal die hilft wirklich ist ja geil ist ja geil das gefällt mir so jetzt machen wir das so wieder so nochmal so jetzt können wir lösen ist ja geil so dann ist er endlich fertig nach 18 Minuten hoppala ich könnte auch das Programm wieder hier anhalten so 4x4 nicht unbedingt überragende Bestleistung aber zumindest mal eine 18 Minuten ist ja krank so 5x5 der läuft ein bisschen besser der hat nur eine Parity das weiß ich zum Glück der Weltrekord des 5x5 ist bei 51 Sekunden 0,9 da bin ich aber weit weg da bin ich mit 9 Minuten und einer Sekunde ewigst weit weg also das wird immer schlimmer umso mehr Cubes ich jetzt äh mache umso schlimmer wird das jetzt einfach so den 5x5 ich guck mir den an aber bringen tut es effektiv mir gar nichts wenn ich mir den anguck deswegen drück ich einfach mal auf Start und dann versuchen wir mal unser Glück den kann ich schon ein bisschen besser und da freu ich mich auch dass ich den wieder jetzt in der Hand hab weil ich den einfach gerne in der Hand hab ich fang eigentlich alle Cubes immer auf der weißen Fläche an ich bin da ein bisschen farbnördig also ich kann das nicht besser das kann ich sonst nicht so den hier rüber dann haben wir auch gleich die weiße Fläche fertig so weiß ist fertig jetzt kommen wir erstmal gelb um hier die äh Seite zu wahren aber was man sich immer merken muss man muss dann immer sofort das wieder reparieren was man hier zerlegt hat weil sonst äh steht man hier ziemlich schnell ziemlich alt da weil sonst macht man sich andauernd wieder alles kaputt das ist eigentlich das Hauptproblem das manche einfach haben bei einem Cube weil äh sie äh immer sich das zerlegen was sie gerade gebaut haben so du kommst hier rüber und das muss man irgendwo mal verinnerlicht haben und das schafft man halt mit 3x3 am besten dass man sich das verinnerlicht wo ist der letzte Gelbe da ist er ja dann geht auch das viel besser deswegen muss ich auch den darf ich den einen Gelben nicht einfach hier so hoch drehen weil sonst zerlege ich mir weiß ist klar deswegen muss ich hergehen muss den einen Gelben hoch schieben dann drehe ich rum dann kommt er hier wieder rein und die weiße Fläche ist immer noch ganz und so muss man halt arbeiten das ist halt das da muss man schon auf der Hut sein weil sonst macht man sich da sehr viel kaputt und das ärgert dann wieder so rot rüber rot haben wir eh gleich fertig so wie es aussieht so natürlich wieder reparieren so und den letzten roten hier rein so die letzten zwei Flächen sind eigentlich immer die lustigsten die dauern am längsten wenn es sein muss nicht nur wenn es sein muss einfach so auch die dauern einfach länger so eigentlich hätte ich den anders lösen können so zum Bleistift weil dann kriege ich zwei rein auf einmal fertig hoppala wo ist denn mein roter hingekommen da ist er ja würde ich mal den nehmen dann ist er auch besser besser Kuchen essen wieder so 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 Vielen Dank.